Sehr vielen Dank, dass ihr von euch angeschaut habt, dass ihr von euch mit uns seid, dass wir gerne hier fahre die Kameras. Und wenn ihr mit dem Programm anfangen wollt, dann könnt ihr euch freuen, dass ihr den Zuschreibenden anklickt habt. Ihr wollt euch auch eine WhatsApp-Gruppe haben und wenn ihr den noch nicht abgeschrieben habt, dann schreibt ihr die Nummer doch mal ab. Dann sollt ihr uns mal anspornen, sollt ihr uns mal was schreiben, sollt ihr uns mal sagen, was euch gefällt und was ihr möchtet oder was ihr geredet habt. Das wird uns sehr, sehr fähig für uns, wenn ihr dort seid. Wie meine frühen Ecke haben von euch ein ganz besonders fähiges Programm hier für euch. Vielleicht nicht für euch, aber das ist sehr fähig für uns. Weit ihr von euch, wie wir uns in 28 Jahren Kerstensdach führen. Und heute, wenn ihr euch wisst, wenn ihr das absolut nicht sagt, 28 Jahre habe ich uns befriedet von euch. 28 Jahre mit meiner frühe und meiner frühe mit ihrem Mann taub. In der Welt ihr reist, viele Menschen gestohnt, andere Länder gesohnt, unsere Kinder ertragen. 28 Jahre mit meiner frühe und meiner frühe und ich taub eine Ecke an. Und ich sage Gott sehr Dank dafür, dass ich mich so eine schöne Frühe gebt habe. Dass ich eine taub bete, dass ich eine taub lache, dass ich eine taub reise, dass ich eine taub seine Arbeit verjügt und für den Handeln. Von euch, 28 Jahre 3, kann ich mir gleich verstellen, wie da ein ganz großer Storm in steht. Und wir wollen eine feine Kaste haben, wir wollen eine sehr feine Dage haben. Und weißt du was, der Rehn kommt hier nach Stratford und dort reint den Rehn ganz den Dage even ein. Dort wird aber sehr reinen. Wenn es die größte Storm scheint von Florida, hier nach Ontario, nach Canada, in der Rehn bloß, dort wird der Storm Andrew, dort reint die bloß den ganzen Dage verneint. Ich glaube, wir haben drei oder vier, vielleicht fünf Bilder, die wir büten gemerkt haben. Wir wollen feine Bilder von uns, ja, das büten, büten, büten. Dort haben uns alle verreint. Dort fängt mit dem Rehnchen Dage an. Und ich sage, das hat mit dem Sonne schön feinen Dage abgehebt, so weit. Nicht abgehebt. Von der auch noch, mit den vier, dafür, dass Gott uns sehr gesehen hat. Wann hat auch mit dem Rehnchen Dage angefangen, von der auch, kann ich sagen, wie haben 28 sehr schöne Jahre gehört. Ich wollen hier auch noch eine ganze Reihe Bilder zwischen Wiese, von unserer Kaste, und auch von unserer Beweyereistern aus der Familie. So, da wollen wir ein paar Bilder sehen, von anderen Kenia auch. Und ich hoffe, dass dort auch ein Sehen sein wird hier. Und, weißt du was, 30 Jahre lang, durch mein Bruder Gustav und ich, kommen wir hier nach Ontario, in Kanada. Ich wohne in Winnipeg. Dort sind ungefähr 2000 Kilometer aus von hier. So, ich habe eine Tour gebucht hier in Ontario. Ich bin noch nicht befried. Ich kieke noch eine Mehl und ich kieke über die ganze Welt, wo ich eine Mehl sehe. Und, äh, dann habe ich diese Tour hier gebucht in Ontario. Und, äh, dann habe ich meinen Bruder Gustav anladen, von Paraguay. Und, äh, ich fuhr von Winnipeg hier nach Ontario. Und, äh, dann fangen wir an die Tour an. Wir hatten 52 Kilometer, glaube ich. Und, dass wir meistens bloß, äh, Mennonite-Kirke weinst, wir können ja noch gut Engels, nicht? Und, so, wir hatten diese Konzerts hier. In einer Mennonite-Kirke, zagen wir zwei Blunde Meales zetten, von uns, als wir ein Konzert hatten. Und, äh, ich kieke dann auch ihre Mennonite, die zwei Meales, nicht? Und, äh, eine von die zwei ist von der Mene Frü. Äh, die sah ich da dann auf ein Konzert. Und, dann, leute Menschen anz, ähn, mit der Teuf, um eten. Und, dann, nochher, leute eine Jugendgruppe in Kitchener anz, dass wir durchankommen, und durch Paraguay zu eten machen. Wie ist mein Bruder Gustav und ich, wie wir hier, ich glaube, immer, meistens, zwei Monate wohnen wir hier, in Ontario in ein Hotel. So, wir fuhren nach Kitchener, und da ist er da, für diese jugendliche, Paraguayische Giesermärke. Das ist ein rechert, Paraguayische, Mennonite-Giesermärke. Und, äh, und Christine wird da auch angelot, meine, zukünftige Frü. Und, äh, dort wüsste ich gleich nicht mal, aber, als da da wir, den Oven verleiftet mir an er. Nicht auf ein Konzert, den Oven verleiftet mir an er. So, ich komme da an, als ich die Etermärker da, in all der Ordnung der Jugendliche auch. Und sie vertelt mir, sie sagt, ich sehe eine Krankenschwester, ich sehe utileert, ich nehme krankennusorbeide, aber ich habe meine Großmaar, ein Großpaar, die wohnen in Winnipeg, und ich will vor ein Jahr in Winnipeg kommen, und ich will dann in die Bibelschule gehen, und ich will mich aufnehmen, von meiner Arbeit, und dann will ich da ankommen, und ich will meine Großeltern noch ein bisschen, beter kennenlernen, als er die Stoffe dann. Und dann wüsste ich, die würde da ankommen, und wenn die würde da ankommen, dann habe ich sieben Minuten gebeten, sieben Minuten habe ich gefragt, ob dort meine Frau will sein, und als sie dann bei Deutschland haben, dann frag ich, als sie sich mit mir befrieren will, nicht rein voet, aber meist voet, und so sind sie ja, und dann das nächste Jahr befrieden wir uns. So, nun sind wir, meine Frau und ich, 28 Jahre, und ich weiß, die ersten drei Jahre, waren bloß meine Frau und ich, wie heute, die ersten drei Jahre, wir wollen Säure reisen, und wir sind in viele, viele Länder gewesen, so, an 1995, nun wollte ich das mal klar sagen, war das erste Jungegeburt, Matthias, und an 1997, an Jüngst, schelden. So, die sind in ihr Bett, die sind in ihr Bett, die sind in ihr Bett, als groß, die sind 23 und 25 Jahre alt, und wir freuen uns, bis sie ja immer an die Kinder, dass die mit uns immer reisen sind, so viele, als ihr das auch wisst, wir sind vor 18 Jahren, mit einem Wohnmobil hier vorne, mit einem Morrow home, und dadurch die immer homeschoolen, dadurch Christine dann auch immer, und wenn sie krank waren, dann habe ich eine Krankenschwester mit mir, die dann immer die Kinder abhosen, in Gesundmöcke, mit gottsinnige Not, wir haben viele, sehr feine Sachen erlebt, mit einem sichern, die Leute vorhanden. Mit dem Wohnwagen, da sind einem sichern, abgeworfen, da weiß ich nicht viel, und das ist eine Reise. Von dir schon dachte, dass sichern, die Leute gleich, das ist eine Reise, wenn sie eine Reise haben. Matthias, der Orbert von dir, in einer Tool and Die, mein Name wird in Englisch, Werkzeug- und Formenbauer, dort wird uns, Matthias steht, die dort seine Maschine büren, am Computer, die Maschine sind alle mit dem Computer gesteuert, dann dort die Kneipe in der Nähe, und dann werden die alle Sachen machen, mit der Maschine. Ich habe auch gesehen, und dort alle, ich fand Jund, meine Nied, der hat seine Fabrik, und mein Älstersehen, an das Älstersehen, der schafft auch, wie ein Männernied, der geht auch noch an sich, durch die Ehendeimer von der Fabrik. So, in Sheldon, an das Jüngste, der ist in London, Ontario, Kanada, der dort Orbert hat, im Juni war aufgeschlossen, sein Studium, und dort hat er Orbert. Ein Jungen, der schafft in einer Stadt, wo seine Eltern nicht möglich in die Hand kommen. Dort ist eine sehr geheime Stadt, der dort für die Regierung Orbert, der dort all die Bandidos, all die Menschen wurden, die in Canada angerufen worden, mit dem Internet, die versucht, die auf zu blocken. Uns Jungenhafen ist, als er geht auch auf der Ferse, die dort die Polizeistationen, die dort auf zu blocken, damit die dort nicht angerufen werden, die Banken, ganz besonders die Banken, und auch ganz große Firmen, all die große Fabriken, die dort, die versucht, mit seiner Freundschaft, die auf zu blocken, damit die nicht gerne, dass die nicht gerne, Geld stehlen, von anderen Ländern, zum Beispiel, wir hören hier viel, dort Russland, in China, und dort die Menschen, hacken, bei uns, und er versucht, das dann auf zu blocken. Und Gott hat ihm, eine sehr feine Gobegevse, weil ich wurde, in Computerbrück, dann hat er am, und auch Matthias, die alle beiden, an meine Frau, und die weiß, die beiden an die Mutter geht, und das wird Peter das echt, das ist für sich. 34 Jahre, 34 Jahre, habe ich an der Orbert, habe ich meine Orbert, und 28 Jahre, habe ich mit meiner Frau, und meine Familie, das habe ich getan. So, alle Jahre, wie wir reist haben, wir haben viele von Jund, ja, nie geleid, und das ist einmal sehr fein, was Jund zu sein, und auch Jund, zu weiten, dass die mit uns sind, dass die uns in der Stadt haben, sehr viel mal, danken dafür. Wie können wir Jund, die noch danken dafür? Jund hat für uns gebeten, Jund sind an unsere Concerts gekommen, Jund, Jund zu sein, dass Gott, kann Menschen verändern. Und ich möchte auch die, lieber zu hören, ich möchte, dass du eine schöne Eier hast, mit deinen Kindern, auch mit deinen Gemeinden, auch mit deinen Frauen, die deine Mann verleidt haben, dass wir als Eierporen, dass wir stark sind, dass wir Jesus, als ein Sinterhant haben. Weet je, meine Frauen, ich möchte nicht, zu pochen, und zu reden von uns selbst, aber ich möchte ihnen sagen, meine Frauen, ich möchte immer zu beden, wir möchte immer zu beden, viel zu beden, und ich glaube, dass es so wichtig, dass wir zu beden, wir tun auch immer, die Bibel zu beden, immer, auch unsere Kinder, aber da haben wir immer die Bibel gelesen, von ganz klein an, und ich glaube, dass es so wichtig, dass unsere eigenen Stimmen da sind. Und ich sage, Frau, dass meine Frauen eine gute Eier hat. Das, mein König, dass meine Frauen perfekt sind. Wir haben uns viele, 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 und viele, viele, viele Jahre, die ich gerade sage, viele, viele, die ich hatte, und das ist auch alle okay. Wir lieben uns, und wenn du ein Trouble hast, dann riemen wir das ab, denn wir werden mit Gott's Zinne genoten abriemen, und wir sind Gott dankbar, dass wir uns immer geholpen, wir haben uns immer geholpen, dass wir andere Sachen können abriemen. Alles, was ich weiß, weiß meine Frau auch, und was meine Frau weiß, weiß ich auch. Wir können das immer merteilen, so dass wir können wie wir sind, und dass wir ganz schnell wissen, wem wir da in den Denen. Wir leben an die Eier für Jesus, und wir als ein Eierpaar, wir möchten Jesus loben und preisen, wir möchten andere Menschen von Jesus vertellen, so dass die auch gerne frei werden von der Sklaverie der Zinne, nicht so? Und das wird wir immer versichert zu tun. Von der 28 Jahre sind wir befried, von der wir waren, Gott danke dafür, für 28 Jahre, was er uns gehoeft, und ich hoffe, dass ihr uns noch viele Jahre mehr gehoeft, wann ich, wie weit ihr, dass du ein Fähne steht im Himmel vor uns ist, wann wir immer von hier weit sind, dann weit wie wir im Himmel sind, dass wir bei uns im Vorder sind, und da wo wir für immer mit uns sind, und da wo wir mit uns mit uns zur Hand kommen. Und wann du noch eine ist von Jüngern, der Jesus nicht kennt als persönlichen Heiland, ich möchte immer nach weiter sein, du dir doch Hand schneier vor dem Herrn, du dir doch den Lebe Jesus geben, wenn du eine verbrückte Eier hast, dann versich das doch mal mit Jesus, er wird die Hilfe, er wird die Kraft geben, eine Eier zu haben, dass du freie dich mit deinem Eierpartner zu sein. Vielmehr Dank schön, 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 hast, und 28 Jahre schon ge hast, Tag mit uns zu haben, ihr lebt, in der Bilder, wo du sein hast, ich hoffe, dass du ein Sehen für dich hast, wir wünschen, die in deiner Familie Gottes Sehen, haben noch einen schönen Tag mit Jesus.